Mehr als ein Jahrhundert nach seinem Untergang ist das Schiff des britischen Polarforschers Shackleton vor der Küste der Antarktis entdeckt worden. Die Endurance war im Südpolarmeer mit Hilfe von Satellitenaufnahmen und Unterwasserdrohnen in einer Tiefe von 3008 Metern gefunden worden. Das Segelschiff war 1915 zwischen Eisschollen zerdrückt worden und gesunken. Der Besatzung gelang es damals in einer spektakulären Aktion, sich mit Rettungsbooten in Sicherheit zu bringen.